Sack. Sack. Ansporn. Da ist er. Da ist der letzte. Natürlich ist da noch einer. Wieso auch nicht? Okay man. Beweg dich mal nach vorne. Schade. Ich hatte so gehofft, dass er doch einen von den anderen angreift. Ja, ich möchte hier wirklich beenden. Okay. Perfekt. Mehr als nur perfekt. Nein. Ich bring das mit denen zu Ende. Zack. Zack. Okay, meine sind jetzt wirklich doll angeschlagen. Ich könnte das alles reparieren, aber ich sehe es nicht ein, weil ich kann ja gleich in die Stadt und dann kann ich das alles reparieren. Wir leveln euch erst mal. Hier. Ja. Elf. Den nächsten Rasten müssen wir sie bezahlen. Kein Problem. Kann ich machen. Kann ich machen. 19, 24. Wie gesagt, ich habe gesagt, alle kriegen Bewegung 12. Das ist so eine, jetzt eine Grundvoraussetzung in meinem Trupp zu sein. Bewegung. 12. Okay, aufbrechen. Wir haben ja jetzt eh unseren Meister. Was ich nebenbei sehr gut finde. 12 Sandsteine. Coming from old money. Ihr habt die Ruine erkundet. Ich merke es. Okay, ausleihen. Oh nein. Viele haben sich sogar verleihert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal. Ich hatte es erkundet. War okay. Okay. Okay, dann muss ich heilen. Ist zwar schade um die ganze Medizin. Aber hey. Ah stimmt. Ich kann denen jetzt wieder ihre alten Waffen geben. Da ist die Schild für dich. Da ist der Wurf für dich. Schild für dich. So. Ganz nebenbei. Erstmal Codex Verwaltung. Jetzt darf ich wieder ein bisschen wieder Memory spielen. Keiner hat von den drei gepasst. Sehr gut. Da haben zwei gepasst. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Die zwei. Nur einer? Ah, mein Fehler. Aber das wird der letzte jetzt sein. Oh nein. Das ist nur... Ah, okay. Dann sind es die drei. Geht ihr eine Stunde auf jeden Fall. Okay, die beiden. Und der. Die beiden und der. Ah, die drei waren es. Okay. Schade. Okay. Können wir nur einen, nur einen. Gar keinen. Einen. Mal sehen, was wir hier. Wir sind zwei Stück. Hm. Zwei Stück. Okay, sind die beiden. Dann gehe ich mit denen nur durch. Und irgendwann sollte ich es haben. Ja, oh. Hier haben wir sogar schon zwei. Sehr gut. Also langsam kommen wir den Rätseln auf den Spuren. Okay, es sind null. Das heißt... Es sind zwei. Warte, warte, warte. Nein, okay. Das heißt, der ist es 100%. Und der. Der, der, und der. Der, und der. Der, der, und der. Der, der, und der. Das ist es. Okay, wir haben jetzt schon gut was entschlüsselt. Bei dem Einbruch sogar schon zwei. Da fehlt nur noch einer. Ah, ja, stimmt ja. Die Falle habe ich noch gar nicht. Ja. Okay. Wir gehen jetzt nach... Bronzefeld. Hier oben war ja so weit. Ich weiß nichts mehr. Aber die Eisenmine könnten wir wahrscheinlich wieder ein bisschen aus... Märzen, nenne ich es mal. Als harnische Behauptungen. Nein, da will ich nicht lang nach diesen Behausungen. Hier, ich will nach Braunfeld. Hier habt ihr das, was ich brauche. Einen ruhigen Ort. Den brauche ich wirklich. Okay, zuallererst mal... Alles abgemittelt. Vielen Dank. Die Rattenplage könnten wir annehmen. Aber mache ich eher nicht. Verhandeln tun wir für 80. 80. Und 80. Boah, perfekt. 432. Super Angebot. Ja. Das ist das am Anfang, dass es auf jeden Fall jetzt auch ein leichtes. Also habe ich da schon mal einen großen Fortschritt gemacht. Rattenplage. Ja, komm. Ah, 292. Aber kann ich annehmen. Das ist die hier. Muss ich mir halt nur überlegen. Erstmal spreche ich. Du hast das Hühnchen. Warling. Du bist eigentlich der, den ich brauche. Du hast sogar Zorn. Oh. Oh, das ist es. Mit der Waffe könntest du richtig stark sein. Vor allem, dein Zorn gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Ja. Ich meine, so gern hätte ich dich jetzt nicht. Ja, aber ich denke, du bist es wert sein, rekrutiert zu werden. Ich habe ja auch einen gesucht. Von daher, komm. Auch wenn es ungern ist, nehme ich dich mit. Ja, mein Zoll ist nur halt den 200, ne? Ja, komm hier. Hast du meine Gruppe bezweifelt, dass sie der Aufgabe gewachsen ist? Hört sich ja mal gar nicht gut an. Ich habe gesagt 12. Okay, Alter. Erstmal hier. Vergiftet. Schön und gut. Okay, auf den Weg. Das ist ein Vorhut. Das ist eigentlich ein guter Ding. Du kannst nur eine mittlere Rüstung. Und keine schwere mehr. Aber da ich dir so ein Doppelding geben will, will ich eigentlich, dass du das hast. Wenn die Einheit kämpft, erhaltet ihr einen hier. Okay. Jedes Mal, wenn der Angriff an mehrere Gegner trifft, erhaltet ihr plus eins. Oh, das kommt mit der Waffe. Ist super. Schaden gegen Rüstung sind mehr. Okay, du bekommst die Rüstung noch dazu. Gehst auf pures Angriff bitte. Bevor ich das mache. Jetzt machst du nur 12 Angriff. Nur 12 Angriff ist gut. 3 Meter Reichweite. Das ist sehr gut. Hier habe ich irgendwelche Gürtel, Schussangriffe, die Reichweite. 3 Meter. Das sehen wir denn. Okay. Wer hat das Stärkste? Die Verfassung. Willenskraft 8. Stimmt, er hat den Wahn, ne? Stärke 7 ist Schmied. Schmied gibt zwar die meiste Stärke. Aber mit der Willenskraft 8. Und der Gelehrte, den kriegst du recht schnell. Sogar wirklich. Vor allem könnte ich denn noch eins bauen, dann könnte ich noch eins bauen, dann könnte ich zwei an die bauen lassen. Das wäre gar nicht so dumm. Der Rest ist so schwer zu erhöhen. Und... Und... Willenskraft macht ja auch Krit und alles, ne? Und kritischer Treffer. Weil jetzt mit dem Überleben ist sehr gut. Auch wenn er dafür ein bisschen verliert. Stimmt, was macht nochmal der Fischer? Ja... Na, okay. Na, ich... Ich geb' ihn... Den Gelehrten. Da kriegt er die, dass er nicht sofort stirbt. Und... Plus... Okay, dann ganz nebenbei... Schaden von Schüssen. Hier, du machst... Nicht du. Die Reichweite 10, 93, 23, 39. Schussangriffen. Ist doch ein Schussangriff. Ja, Schussfertigkeit. Naja, sehen wir denn. Sehen wir denn gleich. Okay, Schmied. Ich hätte gern, dass du mir alles reparierst. Und ich will 30 Stück davon. 20 davon. Ich brauche noch eine mittlere Rüstung. Für meinen neuen. Ich stelle mir gleich eine her. Zack. 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 Geisterbegade. Die dreimal waren schon... Perfekt. Plus die drei. Aus dem einfachen Grund... Hier. Meine Teamgerade hat gesagt, schafft's vielleicht nicht. Zwölf Schaden. Zwölf Schaden. 14 Schaden. Sehr gut. Das ist doch sehr gut. Könnte ich dich theoretisch noch einmal verbessern, wenn ich wieder zu mir da runtergehe. Das mache ich dann auch noch. Okay, ich kann noch einen von den Leichten. Mache ich auch. Hier. Perfekt. Und jetzt. Okay. Oh, stimmt. Ich hab... Perfekt. Doch, doch. Perfekt. Perfekt. Und dafür füllt mir das Holz. Aber egal. Denn. Hoppala. Ja, ich möchte es entfernen. Und du bist eh mein Superstarker. Das heißt, ich geb dir das und dreimal das hier. Deine Bewegung ist jetzt einfach... göttlich. Du kannst dich bewegen wie ein junger Gott. Und ganz ehrlich, mir gefällt die Rüstung. Hallöchen. Und kritischer Treff. Und kritischer Treff 53%. Das ist... Wirklich gut. Plus 14 Rüstung. Aber erstmal... Plus 6. Okay. Jetzt du. Nein. Du? Naja, auch nicht. Okay. Typ. Typ 4. Verkaufen. 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 Ja, doch. Super Stand. Sehr gut. Okay. Schmiede 3. Wir können verlassen. Wie viel Eisen habe ich? Zwei. Nichts. Das ist absolut gar nichts. Und weil es so lange her ist, kann ich hier in diese... Sonst gehe ich da jetzt hin. Zu der Mine. Überflute und dann die Eisenmine. Die sollten beide wieder vollkommen voll sein. Sollte ich nochmal gut Eisen bekommen. Besonders jetzt, wo er Meister ist. Will ich sehen, was... Er jetzt wirklich bekommt dafür, dass er Meister ist. Okay. Erstens. Zweitens. Drei. Viertens. Fünftens. Elf Eisen. Okay. Okay. Das ist wirklich von allem ein bisschen nochmal ein extra. Mega. Okay. Gleich nach oben noch zu der anderen Mine. Dann habe ich wieder gut was. Dann brauche ich nur noch wieder hier mit dem Holz eigentlich. Okay. Ruhen wir uns aus. Wir haben jetzt noch einen davon. Das ist jetzt das Interessante. Nein, ich kann nur einen da reinstellen. Ja. Dann freunde dich mal mit denen an. Oh nein. Wie bist du denn die Hütte? Wir zahlen jetzt euch. Okay, hier alles rein. Zack. Perfekt mit Rasten. Mehr als nur. Oh. Ressourcen produziert. Ah, weil das Tier da rein ist. In die Falle. Küchelin. Wieso haben die jetzt alle empfindlich? Wahrscheinlich, weil ich es mit den Tieren gemacht habe, ne? Okay, ich darf anscheinend die Kadaver nicht so oft verfüttern. Ich gehe zumindest davon aus, dass es von da eben kommt. Keramik, vier Stück nebenbei. Okay, Eisenmine. Nehmen wir dich noch mit. Ich sollte es wissen. Bitte kommen Sie wieder. Wir haben vielleicht Bonisse, um zu negieren. Okay, nein. Mehr gibt es nicht. Ich dachte in der Mine vielleicht auch noch, aber nein. War ein Reinfall. Ein Schuss in den Ofen. Okay, was gibt es eigentlich jetzt noch? Oh, stimmt. Die Rattenplage. Kann ich ja dann machen eigentlich. Dann gehe ich hier nochmal zu denen, um die Mission fertig zu schließen. Und gehe ich zu dem Wasser, weil ich habe den Schüsseljahr. Banditenlager. Und dann kann ich mit der Bürgermeisterin hier reden. Und dann gehe ich zum Sägewerk zurück. Und dann kann ich Erbe des Gladiators noch machen. Ja. In der Reihenfolge mache ich das dann. Aber erstmal in die Stadt. Vielleicht gibt es ja dann doch noch eine Mission. Könnte ja eventuell sein. Ich glaube zwar nicht daran, aber... Ich hoffe es sehr. Man kann nie wissen. Das geht ziemlich schnell. Oh, hier. Kopfgeld. Illinois ist Kohle. Wandeln. Ich will... Oh, ich habe es sogar geschafft. Ja. Perfekt. Rattennest hier. Dann habe ich nochmal... Boah, sehr gutes Geld. Besonders, wenn ich das da unten noch mache. Ende mit dem Schweren, den hebe ich mir auf, wenn ich das Gebiet geschafft habe. Ich mache den immer am Ende des Gebietes, diesen Schwerenkampf. Okay, der... Ratte... Er ist nach oben, dann zur Ratte. Also hier lang. Aber... Es ist schon wirklich, wirklich, wirklich spät. Ich habe jetzt meine 5 Stunden, die ich wollte. Perfekt. Habe ich... Gut eingehalten, aber es ist gleich 2 und ich muss morgen wieder früh raus. Und ja, ich habe jetzt schon weniger als 6 Stunden, deswegen höre ich jetzt mal langsam auf. Es wird Zeit, auch wenn ich wirklich noch Lust hätte, weiterzuspielen. Aber hey, es hat mir echt Spaß gemacht, der Stream wieder. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr wollt, dass ich einen meiner Truppen nach euch benenne. Oder einer meiner, oder ihr einen Namen habt für die Pferde. Dann schreibt es mir bitte. Und sonst sehen wir uns dann am... Entweder Samstags früh oder Sonntag wieder. Für die restlichen The Last Spell oder ein Überraschungsspiel, was ich mir überlege. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So... So...